Da haben wir, also wie gesagt, Wettgestand der Firma Max Petronik und da findet eine Verlosung statt, wo man sich loskauft für 10 Euro und für Gewinner ist es mehr für 10 Euro. So, das ist jetzt der Schlot von der Vierma. Herz, Aero, Passion. Herz, Aero, Passion mit dem Jet Ventrix, mit dem Sportrader Jet. Und wir bleiben dir alleine mit dem NeuSink. Es ist ein 2x2 Meter, Aero-Bedic-Jet mit ungefähr 10 Kilogramm. Ja, es reicht mal die Höhe. Gut, wir haben jetzt ungefähr eine 5-Minute-Vertöhnung. Und das ist alles mal, Kollege, das kann man vorgehen. Große Luft mit Leben. So, dann nenne ich gerne mal den Rhein-Schröder. Rhein-Schröder. Hier an der Flightline, Rhein-Schröder. Komm doch bitte mal hier vorne zu mir, zu den Sprechern. Es geht um eine wichtige Sache. Rhein-Schröder, hier vorne. Bitte einmal melden. Rhein-Schröder, hier vorne. Vielen Dank. So, wir fahren in unserem Slot-System natürlich weiter. Der kleine Jet kommt jetzt rein, sieht sehr gut aus. Ja, aber auch die Pilotenleistung, fantastisch eben gesehen, den Absteller. Das war so eine super Leistung, das hier heil auf die Landebahn zu bringen.